Sie wollen von Ihrer Hausbanking-App automatische Mitteilungen über Änderungen in Ihren Finanzprodukten erhalten? Wie das geht, erfahren Sie in diesem Video. Locken Sie sich mit einem Klick auf den Login-Button in Ihre Hausbanking-App ein. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und dann auf Mitteilungseinstellungen. Hier können Sie zuerst auswählen, ob Sie über E-Mail- und oder Push-Mitteilungen Informationen erhalten möchten. Anschließend legen Sie fest, bei welchen Ereignissen Sie informiert werden möchten. Klicken Sie auf Nachrichten und auf das Stiftsymbol, um über neue Nachrichten im Posteingang informiert zu werden. Im Bearbeiten-Fenster stellen Sie ein, ob Sie bei allen oder nur bei wichtigen Nachrichten informiert werden wollen. Mit einem Klick auf Speichern übernehmen Sie die Einstellungen. Als nächstes klicken Sie auf Schließfach und auf das Stiftsymbol. Um festzulegen, ob Sie bei neuen Dokumenten in Ihrem Schließfach eine Mitteilung erhalten wollen. Bestätigen Sie Ihre Einstellung wieder mit einem Klick auf Speichern. Um die Mitteilungseinstellungen für Ihre Konten festzulegen, klicken Sie auf Konten und danach auf das Stiftsymbol neben dem Konto, für welches Sie die Einstellungen ändern möchten. Aktivieren Sie den Schalter für Geldeingang und geben Sie den Betrag ein, ab dem Sie eine Mitteilung zu einem Kontoeingang erhalten möchten. Um über einen bestimmten Kontostand informiert zu werden, aktivieren Sie den Schalter Unterschreitung Kontostand und geben Sie den Betrag ein, ab dem Sie informiert werden möchten. Sie können auch noch Einstellungen für Geldausgang, Buchungstext oder Überschreitung Ihres Kontostands festlegen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit Klick auf Speichern. So einfach können Sie in Ihrer Hausbanking-App Ihre Mitteilungseinstellungen anpassen.